Mit unserem neuen Newsroom wollen wir die unterschiedlichen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ganz zentraler Stelle bündeln. Wir wollen damit erreichen, dass die Entscheidungsprozesse und daraus resultierende Arbeitsergebnisse beschleunigt werden. Und damit wiederum wollen wir erreichen, dass die Qualität der Arbeitsergebnisse in unseren Produkten und Formaten deutlich steigt. Schließlich wollen wir auch erreichen, dass ein Mehraufwand an Zeit- und Mitarbeitereinsatz reduziert wird. Ganz am Ende des Prozesses wollen wir BLR und Radiodienst, die reichweitenstärkste Hörfunkagentur im deutschsprachigen Raum, zu einem attraktiven Dienstleister für multimedialen Content machen.